Ich heiße dich herzlich willkommen auf diesem YouTube-Kanal. Mein Name ist Alex und es freut mich, dass du hier den Weg gefunden hast zu diesem Video oder direkt zu diesem Kanal. Das Ziel auf diesem Kanal ist es, dir und vielen anderen werdenden Online-Händlern nahezulegen, beizubringen, wie sie Fuß fassen können in das Thema Verkaufen als Nebentätigkeit oder auch vielleicht in Zukunft als Selbstständigkeit. Denn auf diesem Kanal gebe ich viel Mehrwertes zum Thema Marktplätze wie Amazon und Ebay, auch viele andere, wie sie hier verkaufen lernen. Ich habe hier, wenn du hier auf dem Profil bist, unter diesem Video Playlists erstellt, wie du Schritt für Schritt dir ein Amazon- oder Ebay-Konto erstellen kannst, das Ganze mit allen Einstellungen versehen kannst, Produkte online stellen kannst, das Marketing dafür einstellst und dann dementsprechend erfolgreich verkaufst. Des Weiteren habe ich hier auch viele Themen zur Warenbeschaffung, wie du günstig Produkte kaufen kannst und diese dann gewinnbringend und effizient auf Marktplätzen weiterverkaufen kannst. Aber auch ein kleiner Teil zum Thema Online-Shop, wie du dir einen eigenen Online-Shop aufbauen kannst, die ganzen Einstellungen treffen kannst und hier die Verwaltung und den Verkauf führen kannst. Des Weiteren gibt es hier auch ein großes Thema zum Unternehmertum, alles Allgemeine, wie du eine Gewerbeanmeldung anmeldest, wie du zum Beispiel auch eine Rechtsform wählen kannst, ob das für dich Sinn macht oder nicht, dann des Weiteren auch natürlich zu dem Thema Recht steuern und vieles Weitere findest du auf diesem Kanal. Ich gebe hier wirklich viel Mehrwertes an die Hand, das Ganze, wie gesagt, komplett kostenlos für dich. Schau dir gerne das Ganze an hier auf diesem Profil, schau dir diese Videos an, die dich interessieren und ich freue mich, wenn wir hier uns auch als Community unterstützen können. In den Kommentaren kannst du gerne jede Frage stellen, die dich interessiert, zu dem jeweiligen Video am besten, so kann ich so schnell wie möglich darauf eingehen und diese beantworten. Aber auch eine gute Portion Motivation bekommst du hier an die Hand, um hier dran zu bleiben, motiviert das Ganze weiter fortzuführen und dir hier ein erfolgreiches Nebenbeigeschäft oder in die Zukunft eine Selbstständigkeit aufzubauen. Ich freue mich, wenn du dabei bist, viel Spaß bei den ganzen Videos und freue mich, wenn du ein Teil dieser Community wirst.